Ihr müsst erfahren, wer jetzt wirklich das Sagen hat. Willkommen daheim. Du wünschst dir gleich, du wärst nie hergekommen. Sag Hallo zu einem neuen Status Quo. Ein jeder weiß, ein neuer Tag ist dran. Schalt den Fernseher an. Komm her, aber eins. Es geht los in drei, zwei. Willkommen zu der Schuhe. Nun kommen wir zu einem gewissen abgehalfterten Star, der nach sieben Jahren Abwesenheit wieder in der Stadt gesichtet wurde. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr ihn vermisst? Mehr dazu in der Sendung heute Abend. Der Radio-Dämon ist also wieder da. Was ihr hier will, ist nicht klar. Was bedeutet das für ihre Familie? Zum Glück hab ich gute Nachrichten. Er ist ein Loser, ein feiges Schwein. Und ich will nicht zu gemein sein. Er ist ein Feigling. Die Wahrheit ist bekannt. Jeder ganz gewandt. Ich bin sichtbar. Ihr kommt hörbar. Er verschwendet ihre Zeit. Kein Wort, das er sagt, ist gescheit. Ich gönne ihm den Urlaubsspaar. Leider ist er nicht ins Grat. Das denkt sich da im Radio, im Fernsehen läuft die große Show. Sein altes Medium, das blutet langsam aus. Ohne ihn war es hier genial. Wo er war, ist scheißegal. Grüße an alle. Es ist schön, wieder auf Sendung zu sein. Ja, es ist eine Weile her. Doch es ist gar nicht schwer, euch eine Sendung mit Niveau zu bieten. Ihr könnt euch freuen. Die Stimme ist ja zum Hol. Statt eines aufgeblasenen Mächtigern-Videopodcasts. Von Segen. Ist er Vox der Mumm oder ist er nur dumm? Den neuesten Trends nachzujagen kann man kaum ertragen. Ignoriert das Gelaber. Neues TV-Format. Heute gibt's Horror, morgen Western, aber ihr Schnee von gestern. Vox ist nicht stark, auch wenn er sagt, nur dank Support ist er am Start. Er wäre machtlos, hätte er nicht die anderen Wehen. Ach, bitte! Als Zahlerhäubchen fast auf Knien, bat er mich, komm zu mir, ist die. Ich sagte, nö, und deshalb er mir nie verzieht. Du Arsch, bist komplett veraltet. Du wirst gefiert, halt und gestreckt. Oh, das komische Gerät hat einen Defekt. Ich werde dich vernichten. Ich fürchte, du hast ein Empfangssignal verloren. Jetzt geht's los. Du wünschst dir wohl, ich wär nie hergekommen. Schalte ein, komm, mach das. Dein Status quo weiß dann genau das war's. Oh, das wird ein Spaß. Mixer!